Feuerzucker dabei und ein Key. Nice! Wer hat nochmal gesagt, dass man nicht in die Duffelbags reingucken soll und so? Die Duffelbags sind gut, Phil Loot. Das ist oft was selten. Grünwald hat das gesagt. Dann bildet sich manchmal nur was ein, um sich zu rechtfertigen, dass er in jeden Scheiß reingucken muss. Ich sehe da hinten ein Laufen, hinten an dem Holzhäuschen. Beim zweiten Haus kommt er jetzt gleich. Links von dir, Chris. Basten? Ja. Ich hab im Haus hier Movement. Ich hab's doch gesagt, ich hab dreimal gesagt, ich bin im Haus gegangen. Das neben dir am Zaun. Das ist mein Bild für die Götter. Ich treff ihn einfach nicht und du schießt ihn einfach ins Gesicht von der Seite, weil er genau auf mich guckt. Movement an dem kleinen Haus rechts. Auf Scaf Island. In den Rabatten da. Da ist das Scaf Aschof. Du hast ihn nicht gewischt. Da ist noch einer. Ist er umgefallen? Ich kann's nicht sagen. Ich hab ein Scheiß Visier, aber ich hab einfach mal geschossen. Blöd, wenn man so gierig ist und nicht laufen kann, hm? Schieß auf den Scaf da hinten noch. Nicht auf mich. Hab schon wieder den Laser in meinem Gesicht gesehen. So viel Munition hab ich gar nicht dabei, wie oft ich auf dich schießen müsste, Clooney. Das reicht einfach. Ich hab ihn endlich erwischt, Alter. Da fang einfach an den Killer-Helm damals. Jaja. Ununterbrochen, denke ich auch. Mir fällt nichts anderes mehr ein. Hinten, Ampyr. Ja, ich seh's. Das ist sehr wahrscheinlich ein Spieler. Ne. Franz Scaf. Ach scheiße, das war doch wieder ein Raider, oder? Das ist Lach, der da hinläuft. Ne, das war kein Raider. So wie der gelaufen ist? 100 Pro ist das kein Spieler gewesen. Nein, nein, war ein normaler. Ich bin ja da. Vom Equip war's ein normaler. Ich bin am Eingang. Der liegt auf dem Pier hinten. Bei den Booten liegt der. Ja, das ist ja das Komische. Nein, nein, hier ist jetzt ein Scaf gespawnt. Ja, ja, ich hör's. Wo konkret? Der kommt jetzt zu euch Richtung Haus. Müsste ein normaler sein. Ist tot, ist tot. Ja. Ist auch ein Daniel, ja? Ja. Ist auch ein Daniel. Oh, meine Brüder. Geschafft. Du wärst voll im Visier. Einige wenige Schüsse würden Erfolg zeitigen. Von oben, vom Stein oder was? Oh, da wo die Granate... Ah, ich hab keine Granate bei. Dreck. Ich werf's dir einfach mal in die Richtung, wo ich denke. Wie schießt der denn? Ist der auf dem Berg oder was? Ja, natürlich hat er mich damit erschossen. Wurscht du gerade ran, Daniel? Nein. Hab einen, den Hedgling. Ja, der Hedgling. Ich bin bei dir am Haus, ich bin bei dir am Haus. Es war wahrscheinlich nur einer. Ja. Ja. Ne, 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 ne. Dort vorne. Im Busch, im Busch. Spieler. Direkt. Der hat sich hingelegt. Hingelegt. Ich schieß jetzt auf ihn. Happen. 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 Ich hab nur Schreien hören, aber ich konnte es nicht zuordnen. Direkt an dem letzten Baum der Baumreihe. Gucke mal nach links. Sichere mal nach links. Kann sein, dass ich links auf platze, aber das gehört ab. Bin mir nicht sicher. Hier liegt er. Hier hab ich ihn erwischt. Ah, da liegt ein zweiter Mann. Der hat auch noch einen erwischt. Mach Schuss. Du. Okay. Ja, ich hab gerade einen gekriegt. Dann hiel dich ab und dann würde ich sagen, wir gehen direkt hier raus. Oder? Ja. So, neben dir. Hast du ihn? Ja. Okay. Ich versuche jetzt noch das Quest-Item um rauszuschleppen hier. Das können wir noch machen. Das ist safe. Dann hiel dich sozusagen erstmal raus, oder? Was ist denn hier? Na hier oben ist ja keiner. Hier oben ist clear. Na dann komm ich auch nochmal. Das gefällt mir gar nicht. Das ist der Typ, der oben irgendwo sitzt, ne? Vielleicht auch schon bewegt haben jetzt. Na, ab und ab. Ja, hau, hau. Direkt vor uns! Am, 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 am Hang. Happen. Aber es waren es krass, glaube ich. Okay, der war unten am Strand, ne? Ja. Bin durch oben lang gelaufen. Ja, ok. Ich glaube, es war aber ein Scaff. Der hatte so ein Barree. Ja. Killer, 100 pro. Soll ich ihn jetzt reinwerfen? Ne, ne, ist kein Killer. Spieler, denke ich. Ja, er müsste down sein. Granate raus, vorsichtig. Boah, wieso denn so spät? Das war meine, alles richtig gut. Ah, ein klassischer Clouden-Barth, ich wollte das Item nehmen und er hat mich zur Seite gedrückt, um es mir direkt zu stehlen. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Und wer hat das jetzt bekommen? Weiß ich gar nicht. Ich stand schon da und du bist rangemooft und hast mich weggedrückt. Nein, nein, das ist der klassische Delay dieses Spiels. Ah, ja, natürlich. Genau das wird es sein. Glauben wir uns? Wir brauchen eine noch. Uh, das könnte er. Ficken! Bin schwer verwundet. Ist er noch hinter der Säule? Down, einer. Ist es noch mehr da? Hier ist einer noch, direkt hinter. Hab ihn fallen sehen. Wer ihn platziert hat, kommt gleich weiter. Ja, ich hab den Key vergessen für den Checkpoint hier. Schade. Wann es einer? Wann es einer? Wann es einer? Kann es einer? Kann es einer? Kann es einer? Rechts! War es eine Nate? Nein. Wann das? Über Anschlüsse? Ja. Über Anschlüsse? Über Anschlüsse? Hab ihn. Das sind wahrscheinlich Raider. Ich bin das. Ich bin das rechts. Ich bin das rechts der jetzt reinkommt. Okay. Danke für den Call. Das wäre dein Ende normalerweise. Naja, deswegen dachte ich schon. Run mich nur. Äh, der Dach. Ey, sag mal. Ich hab mich schießen. Ich hab den Sniper. Ich hab den Sniper's Griff. Na dann pushen man. Dann pushen man. Und wenn er uns unholt hat, wird's auch nochmal gelogen. Ja. Ich geh links rum. Ich geh direkt auf und dann links rum. Wo ist die hingefloben? Ist die echt in den Baum hängen geblieben? Ich bin rechts, also hinter dem Tanker. Tunnel durch. Wurde getroffen, weiß nicht von wo? Hinter uns, hinter uns. Von hinten. Ich hab den Wichser. Der ist auf deiner Seite. Der ist auf deiner Seite. Der kommt rechts um die Dinger. Der kommt rechts um die Dinger. Rechts um die Waggons. Ich hab hier einen erschossen. Hör auf zu schießen. Ach, das ist scheiße. Ich dachte, du bist das. Ich hab hier einen erschossen an den Dingern. Pass auf, dann hinter uns. Ich hab hier gerade einen abgeknallt. Der hatte eine schallgedämpfte Waffe. Und hinter uns ist immer noch einer, oder was? Oder hat er uns jetzt umlaufen? Ich glaub, das war der. Ich glaub, das war der. Bist du da an der Straße? Nein, 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 nein. Ich sitze im Busch an der Straße, wo du langgelaufen bist. Ich wickel. Ich wickel. Okay, ne. Das bin ich nicht. Äh, ich seh, das ist ein Spieler oder SCUF? SCUF, denke ich. Denk dran, du musst die Kamera noch placen da hinten, ne? Kommst du? Daniel! Ich bin nicht auf deiner Seite. Schieß auf alles, was dich bewegt. Ich bin auf der anderen Straßenseite am Stein. Ich komm jetzt in den Containern gelaufen. Happen gelegt, liegt hier im Dreck. Muss mich verbinden. Okay. Okay. War ein Spieler, oder? Äh. Alter, da bist du. War ein SCUF, ich hab ihn. Bin jetzt. Noch einer. Wo ist der denn, Alter? Alter. Ich hab entweder richtig daneben geschossen, ich bin hier hinten in der Bude drin, ja. Oh, und da sind sie. Und da sind sie. Ist das Raider? Ja. Ja. Ne, raus. Nein, nein. Keine Stamina mehr. Oh Gott, das will ein Spieler vor uns. Da unten. Einer tot, da ist noch einer. Ja. Ein bisschen weiter nach rechts. Wir sind jetzt im Sandwich. Ganz blöd. Und direkt neben uns, direkt neben uns. Und da. Werd uns komplett umlaufen. Da war das Magazin leer, Alter, im Einzelschuss. So schnell geht's. So schnell geht's. Wieso haben wir den nicht gesehen? Warum haben wir den nicht gehört? Oh Gott. Ich komme jetzt nach Christoph. Ich schieße. Oh. Der Sniper ist gerade rumgespawnt. Ja. Aber wirklich. Was zum Henker. Vorne ist noch ein Skaff. Hast du das wieder gerade geguckt? Okay. Aua. Kommt das der? War der Skaff? Seht ihr noch? Ja, ich hab ihn auch nicht gesehen. Ich hab nur gehört. Ich hab ihn gesehen. Hab ihn. Ist tot. Guck mal. Da könnte auch ein zweiter oder dritter noch sein. Ey, wenn die nicht schreien würden, ne? Das wären so lautlose Killer teilweise. Dann findet die Eke. Auf der Straße. Hat ihn sofort erwischt, Alter. Guck rein. Ich hab gleichzeitig mit dir geschossen. Was? Guck rein. Ich hab gleichzeitig mit dir geschossen. Ich guck rein. Das war... Ah. Das war nicht schlecht, ey. Unterm Schnaiperskine, oder was? Und Martin Luther. Alter. Hat der viel Scheiß am Start. Was zur Hölle. Was zur fucking Hölle, Alter. Wo war'n der? Hier im Bunker, oder was? Ah, der wird doch mal richtig abkotzen grade, Alter. Feinster Abschuss ever, Junge. Richtig sweet. Sixteen. Spiele auf dem Stein. Ich bin auf dem Stein. Dann hättest du deinen guten Loot vielleicht... Ich weiß nicht mal welchen Stein Manu meint, aber... Wahrscheinlich an dem, wo ich... Äh, weit hinter uns. Weit hinter uns. Diesmal nicht ab. Am Strand. Wo unten? Ah, warte. Da, wo die blauen Kleiderkabinen sind. Was war der Papa? Natürlich. Ich schieße den Fünfer mit BP auf den Körper und er stirbt. Unten am Strand irgendwo. Ah ja. Flicken! Direkt vor mir! Konsequent auf 300 Meter einen Schuss setzen, aber 10 Meter vor einem nicht treffen. Ich hab auch schon wieder gesch... Ja, ich wollt grad sagen. Skaff oder? Skaff, ja. Skaff, ja. Wenn es nicht gewesen wäre, wäre schon wieder alles dabei gewesen. Ja, du hast gerade gebrüllt diese... Das Spiel soll immersiv sein, mein Freund. Wenn es das nicht ist, kann ich auch Schach spielen. Kannst ja 3D Schach spielen. Das ist auch immersiv. Ich hatte noch einen Vorschlag, wo ich dir spielen kann. Das wäre auch ziemlich riskant. Da kommt er. Ob du mal... Stirbst, du Bastard! Keine bösen Wörter. Ich höre die Steppen, glaube ich. Am rechten Spieler! Ich bin es, Mann. Ich bin es nicht vercheckt, dass es einfach ein direkter Korn ist. Du hast es schon so oft falsch gemacht, deswegen... Oh, ja. Falsch. Nennen wir es mal falsch. Ähm... Jo. Bin mir nicht sicher, ob das Spieler aus Skaff ist. Da hab ich nicht mal geschossen. Auf der Straße, da sollte eigentlich nur ein paar Skaffs rumhauen. Naja, so wie der gerade gerannt ist, hättest du auch was anderes sein können. Ich bin auch nicht sicher. Weil ich bin immer noch nicht sicher. Warte mal, das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Ich kann nach... Warte, ich kann nachgucken. Ähm... Ich habe... keinen Headshot für 100 Meter bekommen. Also war es eigentlich ein Skaff. Waren es wahrscheinlich 99... Ja, da... Da ist dann glaube ich noch einer. Äh, noch ein Skaff. Bisschen weiter hinten. Leute, chillt mal. Meiner... Ja. Ja. Ich bring mich mal kurz um, indem ich den Skaff loote und dann... Oh! Hab ihn! Der hat mich gut gefickt. Der hat nur ne Pistole, ne? Fast meine Arme zur... Meine... Meine Arme zur Heimat. 6 von 60 jeweils. Da hat er... Ja. Krass. Ich glaube, gelootert. Der liegt hier hinter dem Container. ... im Haus.